Das ist dein Punkt. Und wenn du sagst, Eva geht, dann geht Eva. So einfach ist es. Dann kann ich die Eva jetzt früh wieder in die Hand geben und den Magier mit der Stimmung zusammen verletzen. Das geht ja. So auch mit sichersten. Bitte? Die hat keine. Die hat keine Ringer raus. Naja, das ist das erste Mal. Das hat mit den anderen nichts zu tun. Alles noch mal? Ja, mach mal.